Der Gebieter hat Dobby eine Sorge geschenkt. Der Gebieter war so gütig, Dobby Kleidung zu schenken. Dobby ist frei. Du hast mich um meinen Diener gebracht. Sie werden Harry Potter auf keinen Fall Leib zufügen. Du bist ein penetranter Dummkopf, so wie deine Eltern. Denk an meine Worte, Potter. Schon bald. Nimm das mit ihr genau das Gleiche. Unselige Ende. Harry Potter hat Dobby befreit. Wie kann Dobby sich jemals revanchieren? Indem du mir was versprichst. Alles, alles, Sir. Versuch nie wieder mir das Leben zu retten. Dumbledore. Komm, Dobby. Wir gehen. Komm, Dobby. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Untertitelung des ZDF, 2020